Musik Jo Leute, was geht ab, wir spielen eine neue Runde Was on there mit Matze Hatze, der hier noch nicht fertig geladen hat, hat einen etwas langsammerten PC Hi Matze Hallo Hallo Das ist voll so die Gesangsstimme Hallo Auf geht es, sagt der Günther Unser Team hat im Teamchat gesagt, auf geht es Ich würde ihm gerne antworten, aber ich weiß nicht wie Ich fliege erstmal hoch in die Luft Ich weiß nicht, ob es das Beste ist Ich fliege in 5 Gegner rein, ey, das wird nichts Ich fliege, oh Gott, die ballen schnaufen mich hier hoch Ich fliege weiter nach oben, ich fliege weiter nach oben Oh Gott, nein, da kommen noch mehr Mach den Sturzflug auf, äh, einen von den unteren Ja, ich mach den Spitfire, ich versuche den irgendwie abzufangen Oh Gott, irgendjemand macht hinter mir einen Sturzflug Aber der hat abgedreht Okay Ich habe dafür die Spitfire auch verloren Aber die könnte ich jetzt von der Seite erwischen Die ist genau unter mir Hier habe ich gleich, hier habe ich gleich Ich muss ein bisschen langsamer werden Oh, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn Oh ja, jetzt, jetzt bin ich langsam genug Und jetzt kommt's Und Nein Ha, da haben wir den Treffer gesetzt Aber der hat Trotzdem einen bekommen Okay, ich komme nicht hinter die Spitfire Die ist mir zu lenkig Aber die wird jetzt wahrscheinlich hinter mir sein, ja Die will hinter mich Aber ich bin zu schnell für die Mh, Tomann Oh nee, da ist ein Bomber, der nach hinten ballert Der komischerweise schneller ist als ich Hinter mir ist die Spitfire Sonst sehe ich hier nichts Die wird mich aber nicht einholen können Oh, der Bomber wendet Das ist die Chance Was, da haben wir in den Treffer gelandet Und ein Zerstörer, der hinter dem ist Und jetzt, jetzt Jetzt sind wir jetzt an Oh, da müssen wir abdrehen Abschusshilfe Ordentlich Schaden zugefügt Da oben ist der Matze Mit einem MC-202 Habe ich noch nie gesehen Ist das ein T3 Flieger? Ne T2 Okay Lass mich mal aufpassen Weil der Matze, der ist schon höher gerankt als ich Und so wie ich Matze kenne Schummelt der Packt an T3 oder T4 Flieger Oder T5 Flieger rein Werde mich mal in die Idee wert Und dann muss ich gegen Düsenjets kämpfen Und hab gar keine Chance gegen die Das ist nämlich so eine typische Matze-Hatze-Aktion Gut Das würde dir gar nicht wirklich auffallen Weil du dir mit dem Namen wahrscheinlich nichts anfangen kannst Das Einzige, was dir auffallen würde Ähm, da kommen Namen vor, die du halt so nicht Und dann ist das Ja, das leckte mich auch ein bisschen Matsch Kommt's schon mal vor, wenn man Du bist für den besten Computer hat Hm, ich hätt auch gern so einen geilen Konkrete Hüter Irgendwann wirst du so einen haben Matze Und dann wirst du merken Es liegt nicht am Rechnat, sondern am Skill Oh, da ist eine Lightning Oh, die Lightning ist schnell Hör mal die Kammer aus dem Sturzflug Wieso werde ich die ganze eigentlich beballert Und keiner aus dem Team hilft mir Aua Eine King Coop, da habe ich auch noch nirgends Dann hast du echt keine Flieger genommen Echt nicht Nichts gewechselt, die gleichen Flugzeuge wie ich vorher Hattest du vorher schon irgendwelche Alles Zweier und Einser Aber du wirst, je höher du in deiner Stufe bist Ähm, desto eher wirst du mal mit ein paar Dreiern oder so eingeschwucht Also wenn du Selbst kurz vor drei stehst Dann wirst du öfters mal gegen drei antreten Okay Jetzt habe ich einen Flieger mit Raketen wieder Ich kann also ein, zwei Raketen abschießen Also gerade hatte ich gar keine Chance Die Flieger waren alle viel zu weit weg Und die kamen immer mit dem Sturzflug an Haben so mich angegriffen Und sind wieder weg in die Luft geflogen Genau so müsstest du es halt mit den Russischen Flugzeugen auch machen Immer so, ähm, kurze Angriffe nach unten Und dann nach oben, äh, einfach wieder nach oben hinwegfliegen Was sagst du so einfach? Äh, es ist auch relativ einfach Ja, es ist relativ einfach Sagt einer, der sich hier aus dem Kampf raushält Ich kann dir das mal zeigen, hier Schau, ich bin jetzt neben dir, okay? Ja Oder vor dir Also auch, jetzt schaust du mir einfach mal kurz zu Du hast wieder so ein T3 Flieger Ja Die ist weggeflogen Du hast nichts gemacht Äh, ist nach oben weggeflogen Ja Oh, ey, wie, ich wurde abgeschossen Kritisch getroffen Er schießt einmal und schießt mir einen Flügel ab Das ist doch Die haben doch irgendwas an Die haben irgendwie, die benutzen irgendwelche Die bezahlen doch bestimmt für das Spiel Dann bekommst du Supermonition Und womit du so ein One-Hit-Flügel abschießt Ich will hier mit einem Zeppelin kämpfen Wieso kann man hier kein Zeppelin benutzen? Ich will auf den Bär reiten Wie viel Glück Ey, ich hab in den letzten 10 Spielen Hab ich immer kritische Treffer gemacht Aber immer so Flügel Gleicher Flügel beschädigt, weißt du Bei mir schießen die einmal so Die werfen so eine Dose aus dem Fenster Ich flieg gegen diese Dose Super, so ganze Flügel weg So eine Explosion Total schön Es kommt ein bisschen dort an Wo du hinschießt auch Also Ja, als ob die Zeit haben zum Aim Die machen das wie jeder Otto auch Die halten einfach rein Ja, klar Dadurch überhitzen deine Waffen viel zu schnell Das ist nicht lohnenswert Als ob die da zielen Die suchen vielleicht nur dann Ja, wenn du hin und her fliegst Können die gar nicht ziehen Jetzt wollen die da ziehen Ja, aber du hast jetzt nicht unbedingt Das Flugzeug fürs hin und her fliegen Guck mal, wir verlieren nur Weil du wieder so einen T3 Flieger mitgenommen hast Das spiel ich doch Ich nehm nächste Runde mal einen T3 Flieger mit Ne Wir spielten hier eh schon gegen Dreier Ja, wieso? Ja, siehste sag ich doch Weil du wieder einen T3 MC genommen hast Hab ich nicht Ich merk das doch Die würden mich niemals mit einem Schuss zu töten Doch, klar Ja Ne, das ist nur weil du wieder irgendwelche T3 aktiviert hast Du Lada-Sack Ich kenn dich, Matsu Du kannst mich nicht verarschen Ich hab dich an den Eiern Tinko, da hast du mich one-hit umhaut hier Bestimmt ist das schon so ein Düsenjet Ja Ganz sicher an diesen Chat So senktisch-Starter sind das schon Richtig ehrenlos von dir Klaas Nimm jetzt hier T3 Flieger mit Dass ich gar nicht auf die Idee drauf gekommen bin Ich nehm jetzt meine großen Flugzeuge mit Nächste Runde Was, noch? Zeig ich dir Ja Okay Die stich ehrenlos von Matsu Ich werd von hinten geschossen Ja, F4F Hat aber abgedreht Sack Der BF, das ist so ne große Gegen die möchte ich nicht kämpfen Ich suche hier grad irgendwelche Opfer Aber ich seh nur Täter alles Die mich töten würden Ja, das war wohl Ich glaub, das war die größte Niederlage der Flugzeuggeschichte Alles erforscht Ja klar wollen wir das kaufen Gib mal her hier Gleich erstmal equipen Ein bisschen fehlt noch Dann haben wir den Flieger erobert Leute, haut rein Bis zum nächsten Mal Nächstes Mal dann Ohne Matsu Dem T3 Flieger Ciao Ciao Jo Leute Ich hoffe War Thunder hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst euch bitte einen Daumen nach oben da Oder einen Kommentar Es ist kein dauerhaftes Projekt Flamed nicht rum Und ja, kostenlos saugt es euch Hier oben habt ihr jetzt noch eine letzte DayZ-Folge Und unten die letzte Standalone-Folge Und ich sag, bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao Ciao